ARD Text im Auftrag von Funk Wow, das hat es gerade gebracht Mario und so Ja, das war zu hoch Wow, das war knapp So weit Nein Schlecht, schlecht, ganz schlecht Dann noch ein Riesenknochen trocken Oh Gott Nein Nein Oh, meine Fresse, ey Mario, hört auf mit dem Fuck Okay, so Ja, nochmal Ach ja, ach ja Oh Mann Ey, das gibt's nicht Hör auf damit jetzt Ja, ich mach da gleich ein Safe rein In die Lücke So, jetzt hier safe Wow Unfassbar, ich hab's geschafft Aha So, und jetzt mach ich nochmal einen offiziellen Safe Ah, okay Da kann ich mich tocken So, du musst nachgehen Ha Ja, da seid ihr jetzt beeindruckt, hä Nein, seid ihr nicht Ach so Ja, ganz toll Wir hatten ja bis jetzt noch nicht genügend davon Oh Gott Alter Ja, das wird langsam immer lustiger Oh, da würde ich doch schon gerne hingehen Hm, naja, keine Ahnung Boi Ins Gesicht Und wir haben immer noch nicht die 1 Million geknackt Aber gleich ist es soweit Gleich haben wir es geschafft Ja, speichern wir mal Mhm Hier he go Pils Ja, genau Äh Das Level sagt mir schon was Ich weiß nicht mehr, von wo ich es kenne Give me the pills Das ist so schwer, weil das 8 Münzenrätsel jetzt nicht Obwohl es nicht mein Rätsel war Äh, mh Klar Klar, okay Okay, jetzt hier rein Nein Nein Nein, stimmt Das war Nein Das war ja wie Lava Fuck, das hab ich vergessen Ha, geil Okay Versuchen wir es nochmal Eine pills würde mich für Herr Mario Aha Oh, cool Ja, geil Das war ja Und wenn ich die thought, ich kann es nicht mehr naja geflüchtet ja noch mal ein paar münzen holen es lohnt sich total scheiße wieder nicht da komm raus mit den eigenen faffen geschlagen bravo jetzt kommen wir zu dem wasser was instant kaputt macht ja Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, höp. Und, ne komm nochmal, komm für mich. Nix, Kollege, nix. Mittelpunkt. Wow, ich bin so gut. Oh Gott. Okay. Oh, endlich Level geschafft. Juhu. Ähm, das ist übrigens das Level, was wir in Welt 5 haben, ne, Welt 4. In Welt 4 ist das so ne Welt, also die mit so Gift und diesem Wasser aufgebaut ist und bla. Okay, ich beende dann diesen Part und die hier ist auf Stelle und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Até announcements. ouri, ooo. Yeah, we are, that was about to help me get through the rest of the day.